Nachdem Rockstar Games gestern die GTA-Trilogie offiziell bestätigt hat und zur Vorbestellung freigegeben hat, haben sich auch diverse Fragen gebildet und über die werden wir heute sprechen. Also es geht darum, wird eine Story erweitert, wird das Spiel auch einzeln erhältlich sein, also nicht nur als Dreierpacks, sondern auch einzeln und vieles mehr. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende am Start. Gut und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier vom Kanal hier auf TrueLex. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, im heutigen Video, meine Freunde, geht es wie eben gerade schon gesagt mal um eure Fragen. Ich habe mal die YouTube-Kommentare durchstöbert. Ich habe euch auf Instagram gefragt, ob ihr noch Fragen habt. Und im heutigen Video werde ich probieren, möglichst viele davon gewissenhaft zu beantworten. Und ich würde sagen, wir labern auch gar nicht ewig herum, sondern beginnen direkt mal mit dem Video. So, let's go! Felix fragt, wird ein Synchronsprecher auch auf Deutsch sein? Das Ganze kann man jetzt nicht mit tausendprozentiger Wahrscheinlichkeit bestätigen, aber aus der Vergangenheit wissen wir, dass Rockstar Games eigentlich die Synchronsprecher nie übersetzt, sondern einfach immer Untertitel macht. Erst recht, wenn man sich anguckt, wie viele Sprachen Rockstar Games das Spiel anbietet, dann kann man eigentlich sich denken, dass sie dafür niemals überall Synchronsprecher einsetzen würden, sondern einfach Untertitel in den verschiedenen Sprachen machen. Und das Ganze, finde ich, ist auch wichtig, um den richtigen GTA-Vibe zu erzeugen. Ich meine, stell dir mal vor, du bist gerade mit CJ in der Grove Street und auf einmal kommt einer auf Bayerisch und labert dich an oder so. Wäre schon sehr, sehr witzig, aber passt irgendwie nicht so ganz ins Genre. Smoke fragt, wird es eine Collectors Edition geben? Bisher hat Rockstar Games davon nichts veröffentlicht. Ich persönlich wäre da auch mega heiß drauf. Wenn da was Neues dazu kommt, dann werde ich es euch auf jeden Fall sagen. Bisher allerdings noch nicht. Fabi fragt, wenn man das Ganze vorbestellt, sind dann alle drei Spiele dabei oder muss man sich jedes Spiel einzeln kaufen? So, definieren wir doch einfach mal den Begriff Trilogie. Naja, drei Stück und ja, also man kauft sich das einmal und dann hast du alle drei Spiele, die ganzen Spiele einzeln kaufen. Das wird zunächst zumindest nicht die Option sein. Vielleicht irgendwann später, aber aktuell eben nicht. Und ich persönlich gehe auch nicht davon aus, dass wir das irgendwann mal so einzeln kaufen können. Also wenn du dir eins von diesen Spielen holen möchtest, dann hol dir direkt alle. Maxim fragt, kann man das Ganze auch auf Disc kaufen? Also als eine physische Edition? Ja, kann man. Das Ganze kannst du auch schon vorbestellen im Rockstar Games Store. Ich verlinke dir die Webseite gerne in der Videobeschreibung. Kim fragt, wie teuer wird das Spiel? Naja, 60 Euro. Das Ganze ist von Rockstar Games schon bestätigt worden. Ist auch im Store und habe ich ja bereits gestern auch im Video angesprochen. Tyler hat noch eine Frage und die schließt sich dem Ganzen an. Und zwar, wird das Spiel denn günstiger, wenn es dann endlich mal erschienen ist? Und hier kann man sagen, nein. Also irgendwann bestimmt. Aber zunächst einmal, ich denke, dieses Jahr auf jeden Fall noch. Und wahrscheinlich auch noch das nächste halbe Jahr oder so. Wird sich am Preis nichts tun. Das Spiel wird dauerhaft 60 Euro kosten. Dann über die Zeit hinweg wird es natürlich günstiger. Also wie bei jedem Videospiel. Aber willst du wirklich ein Jahr warten, nur weil du dann 20 Euro sparst? Muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich persönlich werde nicht warten. Übrigens, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Denn ihr seht, Marvin fällt ein bisschen gerade zusammen. Liegt einfach daran, dass der normal am Strom ist, um halt so einen Propeller zu haben, der ihn aufpustet. Problem ist, dieser Propeller ist unnormal laut. Man hat es gestern im Video vom Trailer ziemlich gut gehört, glaube ich. Und dementsprechend habe ich ihn jetzt aufgewusstet. Und jetzt habe ich ihn zusammen sagen. Also ihr merkt, wir müssen uns beeilen, weil sonst ist Marvin gleich tot. Ben fragt eine Frage, die ich wirklich sehr, sehr oft gelesen habe. Und zwar, glaubst du, die Missionen bleiben gleich? Oder wurden auch diese überarbeitet? Das Ganze ist schwer zu sagen. Ich persönlich gehe davon aus, dass die Missionen absolut identisch sind, wie sie bisher waren. Zwar hat Rockstar Games einiges verändert an der Grafik, am Gameplay und so weiter, an der Steuerung. Und es hat sich auch was getan an der Map. Zum Beispiel seht ihr in dem Screenshot oder in dem Ausschnitt vom Trailer, dass sie weitere Bäume gepflanzt haben. Was halt früher auf den Konsolen nicht machbar war, weil einfach Texturspeicher gefehlt hat oder so. Jetzt geht das Ganze. Die Missionen werden sich aber trotzdem anders anfühlen, weil wir erstens eine andere Steuerung haben. Und zweitens einfach auch die Grafik anders ist. Und drittens vor allem auch die Darstellungsdistanz. Dadurch seht ihr ganz andere Sachen. Ihr werdet diese Mission anders erleben. Und selbst wenn du früher eines dieser drei Spiele gespielt hast, glaube ich, dass sich das ganze Spiel einfach ganz anders anfühlen wird. Smitten fragt, welche Spiele ich der Triologie schon gespielt habe. Und zwar ich persönlich nur GTA San Andreas auf 100%. Und die anderen Spiele, Vice City angezockt auf der PSP, glaube ich. Ganz, ganz, ganz früher, aber kann ich mich kaum erinnern. Und GTA 3 im Livestream letztes Jahr. Allerdings da auch nur so vier, fünf Parts. Also da sind wir nicht über die 40% vom Spiel hinausgekommen. Und dann war irgendwie so der Spaß raus. Dann haben wir es einfach gelassen. Moin Servus Moin fragt, wie viel Gigabyte wird das Spiel auf den Konsolen haben? Für die Gigabyte Anzahl für die Konsolen wissen wir bisher nichts Genaues. Wir wissen aber auf dem PC sind es 45 Gigabyte. Konsolen sind meistens etwas geringer. Also ich würde jetzt mal mit so 35 bis 40 Gigabyte rechnen. Aber das ist nun ganz ungefährer Wert. Marlon bittet mich, eine kurze Zusammenfassung zu machen. Naja, okay, probieren wir es. Also, die GTA Trilogie ist im Prinzip ein Bündel aus drei Spielen. GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas. Also alte GTA Teile. Diese drei Teile wurden allerdings komplett überarbeitet. Es ist kein Remake, das ist wichtig, sondern nur eine Überarbeitung. Das bedeutet, das Spiel wurde nicht komplett neu gemacht, basierend auf einem alten Spiel, sondern es wurde nur überarbeitet. Die Grafik wurde verbessert, die Map wurde angepasst, wie ich ja schon gesagt habe, mit ein paar Palmen mehr und so weiter und so fort. Außerdem gibt es zwei Release Dates. Und zwar einmal den 11.11.11. November, also in knappen zweieinhalb Wochen. Da wird die digitale Version von dem Spiel erscheinen. Und dann den 7.11.11. Dann wird das Spiel auch auf der CD erscheinen. Also, falls du eine physische Edition haben möchtest, musst du bis zum 7.12. warten. Reicht es dir als Zusammenfassung? Ich hoffe. Ansonsten schau dir einfach mal eines meiner letzten Videos zu dem ganzen Thema an. Da ist es eigentlich alles immer sehr, sehr kompakt zusammengehalten. Alle fragt, denkst du, das Spiel wird besser als GTA 5? Da muss ich dann direkt mal einhaken und sagen, naja, ihr dürft das nicht so vergleichen. Wer mit dem Anspruch daran geht und sagt, ey, ich will ein GTA 6 Niveau Spiel haben, der wird maßlos enttäuscht sein. Also, das kann ich euch jetzt schon sagen. Es geht bei dem Ganzen darum, dass wenn du ein altes Spiel nochmal spielen möchtest, dass du es jetzt mit einer besseren Grafik machen kannst. Es geht nicht darum, einen komplett neuen GTA-Teil zu designen. Wenn du also mit dem Anspruch daran gehst, dass das GTA 5 toppen soll von der Grafik, von der Steuerung, von den Autos, vom Handling und so weiter und so fort und von der Story vor allem, dann wirst du wahrscheinlich enttäuscht. Wenn du einfach Bock auf einen geilen GTA-Teil hast, vielleicht eines dieser drei Teile, also Vice City 3 oder San Andreas, noch nie gespielt hast, dann wirst du dich vermutlich sehr drüber freuen und sehr viel Spaß daran haben. Und auch die Leute, die diese Teile früher gespielt haben, werden wahrscheinlich in Nostalgie schwägen und sich einfach freuen, das Ganze nochmal zocken zu können mit einer überarbeiteten Grafik und vor allem einer überarbeiteten Engine. Ob es besser als GTA 5 wird, ist schwierig zu sagen. Viele sagen, dass GTA San Andreas die beste Story aller GTA-Teile hat und auch eine der geilsten Maps. Allerdings glaube ich, dass das ganze Spielfeeling ganz anders sein wird. Weil GTA 5 ist dann doch von der Grafik her zumindest eher auf Realismus getrimmt. Und ihr seht es ja selber jetzt bei GTA 3 im Trailer und so weiter, dass das Ganze so gummimäßig aussieht und nicht so richtig nach einer modernen Fassung. Weil dann hätten sie einen kompletten Remake machen müssen und das hätte wahrscheinlich finanziell in keinem Verhältnis gestanden. Kare fragt, wie ist das Schadensmodell von den Fahrzeugen? Rockstar Games hat auf dem Newswire offiziell bestätigt, dass das Schadensmodell von Fahrzeugen überarbeitet wurde. Leider haben wir dazu keine Bilder bekommen. Das heißt, diese Frage zu beantworten ist ziemlich schwierig oder eigentlich unmöglich, kann man sagen. Cedric fragt, in welche Richtung geht es GTA? Naja, wie schon gesagt, es ist eine GTA-Trilogie. Das heißt, wir haben GTA San Andreas, wir haben GTA Vice City und GTA 3. GTA 3, finde ich, fühlt sich beim Spielen, das ist ja sehr subjektiv, aber fühlt sich beim Spielen eher kalt und eher, ich weiß nicht, halt so Großstadt-mäßig an. GTA San Andreas hat sich für mich immer mehr so Gang-Life-mäßig angefühlt. Also, ihr seid mehr in Hoods, die Städte sind kleiner, aber dafür sehr weitläufig. Und GTA Vice City ist halt einfach eher so ein Partyspiel. Das Ganze ist, wie gesagt, sehr subjektiv. Also, wenn du das jetzt anders fühlst, dann schreib ruhig deine Meinung in die Kommentare, aber judge mich nicht. Das war immer so mein Eindruck, wenn ich die Spiele gespielt habe. Und hier, übrigens mein T-Shirt, absolut passend zu GTA Vice City. Denn diese Palmen und so weiter, das ist halt einfach das, was GTA Vice City ausmacht. Neonlichter, Palmen, Strand, Miami Beach halt. BS-Fan fragt, gibt es einen Online-Modus von diesem Spiel? Nein. Die GTA-Trilogie wird ein absoluter Singleplayer sein. Ist, denke ich, bei der Story auch mehr als ausreichend. Klar, wäre ein Online-Modus sehr, sehr geil. Vielleicht wird es eine Mod geben für die PC-Versionen, aber bisher ist eben nichts davon von Rockstar Games bestätigt oder geplant. An der Stelle vielleicht noch eine Sache in eigener Sache. Macht das Ganze Sinn? Ich hoffe. Und zwar wollte ich nochmal daran erinnern, dass ich immer sonntagsabends, also morgen Abend, live bin auf YouTube und auf Twitch. In diesem Stream werden wir zusammen GTA Online zocken. Wir werden einen nice, niceen Stream zusammen erleben. Wir werden über die GTA-Trilogie reden und vieles mehr. Also schaltet ein, stell dir jetzt einen Wecker auf Sonntag ab 19 Uhr, damit du den Stream auf gar keinen Fall verpasst. Und sei mit dabei, es wird sehr, sehr wild. Und jetzt kommen wir auch schon zur letzten Frage von diesem heutigen Video. Und zwar kommt diese von Leon und er fragt, ab wann kann man die physische Version vorbestellen? Die physische Version von der GTA-Trilogie kannst du ab sofort, ab jetzt vorbestellen. Das Ganze ist möglich im Rockstar Game Store, also auch das verlinke ich dir gerne in der Beschreibung, falls du daran Interesse hast. Solltest du dir das Spiel aber digital vorbestellen wollen, im PlayStation Store zum Beispiel, dann kann ich dir nur mal empfehlen, dir nicht irgendwie PSN-Karten zu kaufen in der Tankstelle oder so, weil da gibst du unnötig viel Geld aus. Geh doch einfach zu meinem Partner Instant Gaming. Dort zahlst du für eine 50 Euro PSN-Karte zum Beispiel gerade mal 44 Euro und so in der Art. Also ihr könnt extrem viel Geld sparen und ich meine, für 5 Euro kriegst du schon, zumindest bei uns in Frankfurt, einen Döner. Und ich meine, überleg dir halt, willst du das Spiel haben und einen Döner oder nur das Spiel? Hm? Macht schon mehr Sinn. Das bedeutet, wenn du also dir auf PlayStation irgendwas kaufen möchtest, hol dir die PSN-Karten bei Instant Gaming. Wenn du auf den Link in der Beschreibung klickst, das ist ganz wichtig, gibt es nochmal extra Prozente. Insofern, klick auf den Link in der Beschreibung, gönn dir da das Spiel, was du haben möchtest oder eben einfach PSN-Karten. Und dann kannst du ordentlich Schnapper machen und unterstützt mich damit noch nebenbei. Ja, Freunde, und das war jetzt im Prinzip auch schon das gesamte neue Video. Ich hoffe natürlich wie immer, dass es dir gefallen hat. Wenn dem so ist, hast du gerne kostenlos einen Daumen nach oben da und abonniere diesen Kanal, um wirklich nichts mehr rund um GTA Online, die GTA-Trilogie, GTA 6 oder das nächste GTA-Online-Update zu verpassen. Wenn du noch weitere Fragen zur GTA-Trilogie hast, dann schreib doch einfach mal Hashtag-Frage in die Kommentare und dann deine Frage dahinter, dann werde ich entweder noch einen zweiten Teil machen oder dir direkt in den Kommentaren helfen bzw. deine Frage klären. Ist, denke ich, der schnellste und einfachste Weg. Nun gut, jetzt bin ich aber auch wirklich mal raus. Ich wünsche dir noch einen schönen und vor allem einen angenehmen Tag, ein schönes Wochenende. Mach's gut, hau rein, bis bald und ciao. Peace. Ufff. An. Iff. 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 F. Iff. 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 I. Iff. Iff. Untertitelung des ZDF für funk, 2017